Also bevor wir nun zu unserer Liedpaar kommen, die wir natürlich für dich spielen werden, möchte ich mich den Namen aller Jungen Musiker, vor allem bei Biba, belatten. Er hat auch dieses Jahr wieder tolle Stücke mit uns im Einkauf ausgesucht und zusammen einstudiert. Das ist gar nicht so einfach, ganz sicher nicht. Da hat er ganz viel gehört, hat er in Hispani-Konsigü, sodass ich es ihm heute präsentieren kann. Ich möchte noch mal ganz kurz kommen. Ebenfalls möchte ich mich aber auch bei den Kitzliger bedanken. Dieses Jahr ist sie bei uns als Gastspielerin dabei, wir tragen sie sich ja auch so und das kann ich Ihnen nämlich jetzt auch erklären. Und zwar im Juni diesen Jahres haben wir gemeinsam mit der Stadionskörper und dem Musikverein einen Prombo, ein Jugendprojekt-Orchester, bei dem wir verschiedene Stücke gemeinsam geprobt und am Ende auch an zwei Auftrücken präsentiert haben. Und jetzt hat das Spielen so viel Spaß gemacht mit den ganzen Jungen Musikern und auch generell die Stücke, die wir gespielt haben, dass wir die Idee hatten, ein bis zwei Stücke heute Abend für Sie noch mal zu spielen. Und so kam es dazu, dass wir bei den beiden anderen Vereinen nachgefragt haben, in der Zeit gewusst hat, heute Abend mit uns zu spielen, diese Stücke. Und die liebte Sinja hat sich dann bei uns gemeldet und zu fragen, wo hat sie dann letztes Seesonabend. Deswegen die Aufenthalte, die sind ja auch noch nicht. Vielen Dank. Kommen wir nun zu unserer Zugabe. Und zwar haben wir uns als Zugabe das Stück Pirates auf der Kalibien ausgesucht. Viele kennen uns wahrscheinlich aus den Filmen von Peter Kalibien. Diese Filme sind eine US-amerikanische Piratenfilmreihe von Walt Disney Pictures, die auf der gleichnamigen Themenfahrt verfügt. Zur Filmreihe sind auch viele Videospiele sowie zwei weitere Attraktionen, in denen sich auf die Lieblingsparks erschienen. Kommen Sie nun mit uns auf die Wildefahrt mit Jack Sparrow aufgrund über die Weltbilder. Applaus Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Aplausos 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 Aplausos